Die Serie ist auf der ganzen Welt hervorragend angelaufen. Noch besser als hier in den USA. Hier läuft sie gut, sie war immer erfolgreich, von Anfang an bis heute. Aber in anderen Ländern lief sie sehr stark an. Und das blieb auch so. Es war von Anbeginn an eine Top-Serie im Ausland. Man muss nur mal raus aus Santa Clarita in Kalifornien, wo wir drehen und ein bisschen reisen. Dann merkt man, wie gut die Show ankommt. Das ist schwer zu erklären. Aber geh mal über einen Flughafen. Die Serie ist extrem stark und beliebt in allen Altersklassen. Das ist größtenteils den Leuten zu verdanken, die diese Serie machen. Und das sind wir alle, nicht eine einzelne Person. Wir alle. So war es vom ersten Tag an. Ob die Serie funktioniert oder nicht, hängt von unserer gemeinsamen Leistung ab. So machen wir das.